Jo moin Leute, herzlich willkommen zu den Predictions der 75. Nesca Cup Series Season 2023 Predictions. Los geht's in Las Vegas mit dem Pensoil 400 Presentant bei Jiffy Lude mit den Predictions. Let's go. Heute um 21.30 Uhr live auf Sport1 Plus und Freitags wie immer die Highlights auf Motor Vision TV um 20 Uhr. Das Rennen gewinnt Martin Tux Jr. Herzlichen Glückwunsch. Der 1. auf 2 kommt ins Ziel AJ Allmerdinger vor Chase Brisco. Dann auf 4 kommt Bubba Wallace ins Ziel vor Austin Sindwick. Dann Christopher Bell wird Sechster, Siebter wird Joey Logano. Der 1. auf 8 kommt ins Ziel. Daniel Zuhause und 9. und Zehnter wird. Danny Emlin und Was Just Dane. So, das war's mit dem Predictions der Nesca Cup Series Season 2023 mit der 75. Jubiläums Season in Las Vegas. Das mit dem Pensoil 400 Presentant bei Jiffy Lude. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nimm uns das Glöckchen. Das nicht vergessen, sagt die Wien. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Und bis dann. Good Ways. Ciao. Bye. Vielen Dank.